ein cosy relax art habe ich hier cm1030 von hukla hallo willkommen mein name ist rückreinhard von profischnap.de und wir schauen jetzt gemeinsam nach diesem cosy relax art zessel der sehr designorientiert daher kommt mit einer fernbedingung mit zehn tasten drei motorisch ist er akku hat er herzwaage hat er aufstehhilfe hat er er hat eigentlich fast alles bis auf schichtheizung und massage was das herz so begehrt geht recht schnell gefällt mir gut armen offen und der clue ist ich zeige ihn am besten so wenn ich jetzt hier den rücken nach hinten bewege die armen nicht jetzt unterlegen also das besondere an diesem sessel ist dass sie bis in die ich muss hier noch ein bisschen hoch sonst habe ich den deck schon verraten dass sie hier bis in die herzwaage position kommen und zwar hängt das am letzten drittel des rückens jetzt kippt der sessel um 15 grad und damit kommen die füße hoch der körperschwerpunkt senkt sich ab der blutrückfluss aus den beinen ist erleichtert das ist natürlich eine sau entspannende position eine sehr entspannende tüchter hier habe ich dann die verstellung vom oberen kopfteil und wenn ich jetzt etwas zurückgehe habe ich die ideale fernseeposition wenn ich entspannen will gehe ich dann wieder etwas weiter oftmals werde ich gefragt warum bei diesen herzwaagesesseln der rücken nicht weiter runter geht das ist jetzt maximal ganz einfach weil es dann die gefahr weil dann die gefahr besteht dass sie übergewicht bekommen deshalb darf das hier so nicht sein jetzt stelle ich mal alles zurück wir sehen wie schnell das geht das finde ich klasse da ist zu klar einfach der beste in der schneidigkeit und hier habe ich die aufstehhilfe dafür gebraucht jetzt stellt der sessel fest jetzt können sie nicht mehr drehen und die aufstehhilfe wird aktiviert der sessel fährt hoch nicht nur hoch sondern er kriegt auch nach vorne und jetzt kann es wunderbar und dann gleich aufstehen selbst wenn sie diese aufstehhilfe nicht gebrauchen jetzt noch nicht gebrauchen die ist relativ schärf stabilisiert den fessel deshalb sind die fessel mit aufstehhilfen immer stabil der fessel hat einen großen nachteil er ist schweineteuer kostet zwischen drei und dreieinhalb tausend euro im fachhandel hier ist ein magnet angebracht der t ist hell ich würde es gern etwas stärker haben aber es hält wir haben ein schnäckchen bekommen nämlich dieses hier mit all den featuren wie ich ihnen gesagt habe und sogar integrierter akku kostet das jetzt 1799 euro stand in der hausausstellung achja wir haben ja einen mittelsorten also wenn sie es eher etwas gemütlicher wollen ich darf mir zesse kukla 101030 ich kann ihn Ihnen empfehlen wenn sie 1799 euro plus versandkosten investieren können tun sie es profisnapp.de hier online auch auf der markenverfass und markenrelaxesse sagt danke haben sie fragen rufen sie mich an unter 0173 8089 748 chatten sie mit mir via profisnapp.de oder schicken sie mir ein ganz normales e-mail an shop at profisnapp.de danke für Ihre Aufmerksamkeit bis zum nächsten Mal ich bin Reinhard von profisnapp.de ich bin Reinhard von dort